Hi Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo meinerseits mal wieder. Tja, ihr könnt euch sicherlich denken es geht um The Binding of Isaac. Ich habe euch auch vor ein paar Tagen ein Video online gestellt, in dem mir mal eure Meinung wichtig war, wie es denn mit The Binding of Isaac weitergehen soll. Tja und ich hätte nicht gedacht so viel positives Feedback zu bekommen von euch und es hat mir meine Entscheidung doch ein bisschen leichter gemacht und es wird mit The Binding of Isaac weitergehen. Auf jeden Fall natürlich, denn mir macht es immer noch Spaß und ich bin ja echt mal gespannt wie viele Folgen ich noch dranhängen kann, bis es euch irgendwann mal zu langweilig wird oder vielleicht auch mir zu langweilig wird, keine Ahnung. Aber es freut mich, dass ich das viele positive Feedback erhalten habe und freut euch auf neue Folgen. So, dann hätte ich noch eine kleine unangenehme Ankündigung zu machen und zwar geht es um Super Meat Boy, denn Super Meat Boy wird ab Folge 34, also Folge 34 habe ich noch, wird das ganze Projekt pausiert aus dem einfachen Grund, die Dark World von Rapture, sie macht mich fertig. Keine Ahnung, anscheinend habe ich da im Moment auch nicht die Nerven dazu. Seid mir bitte nicht böse, dass ich das Projekt vorerst mal pausieren werde. Ich habe das Save Game noch, nur es ist so, wenn mir ein Spiel irgendwo nicht mehr zu 100% Spaß macht und ich da schon mit einer gewissen, ich nenne es jetzt mal Unlust spiele, da habt ihr keinen Spaß nicht dran und ich genauso wenig. Also ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung verstehen oder respektieren, dass ich da einfach eine kleine Pause von Super Meat Boy brauche. Wie gesagt, ich werde es vielleicht noch irgendwann fertig zocken, aber vorerst mal wird Super Meat Boy pausiert. Ja, dann hätte ich noch so eine kleine Randinfo bezüglich meines Uploadplans. Ich erhalte ja doch ab und zu mal eine Message, könntest du nicht mal deinen Uploadplan irgendwie online stellen. Ich habe zwar auf meinem Kanal auf der rechten Seite in der Beschreibung auch so einen kleinen Uploadplan mit drin, aber ich werde es jetzt noch mal auch in diesem Video sagen und zwar der Uploadplan sieht folgendermaßen aus, Änderungen sind natürlich immer vorbehaltener, man weiß ja nie, was dazwischen kommen kann. Ähm, die täglichen Uploads. Wie bisher, The Binding of Isaac und Minecraft im Singleplayer. Dann kommt alle zwei Tage mein Minecraft Together, im Moment ja mit Cajun LPs und alle neuen bzw. geplanten Projekte kommen wie gewohnt im Wechsel alle zwei Tage. Das heißt, ähm, wie es jetzt auch war, den einen Tag kommt zum Beispiel Donkey Kong, den anderen Tag Super Meat Boy und so wird es mit den nächsten Projekten auch aussehen. Da ich mir trotzdem vorgenommen habe, ähm, weiterhin meine drei bis vier Projekte, oder was heißt Projekte, meine drei bis vier Videos pro Tag online zu stellen. Äh, mal sehen, wie lange ich das Ganze noch durchhalten kann, aber wie gesagt, vorerst ist es mal so geplant, dass hier quasi täglich The Binding of Isaac und Minecraft im Singleplayer kommt. Alle zwei Tage mein Minecraft Together. Da kann sich natürlich auch noch irgendwann mal was ändern, aber dann würde ich auch noch mal ein neues Video machen mit einem neuen Uploadplan. Und, äh, alle neuen oder geplanten Projekte, wie ich es schon gesagt habe, zum Beispiel Montag dieses, Dienstag dieses, äh, Montag wieder das, äh, ihr wisst, was ich meine. So, aber das war es auch schon wieder von mir. Ich habe genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß mit meinen weiteren Isaac-Folgen, die ihr wirklich so richtig gut und gerne verfolgt. Meine Meinung nach, ich sehe es ja an den View-Zahlen. Und, wie gesagt, schönen Sonntag und bis zum nächsten Video.